hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal die medialer ist fertig ich habe endlich das design abgeschlossen für meinen crossbow hier könnt ihr jetzt das fertige design sehen noch mal ein paar features hier hinten den halter habe ich noch mal umkonstruiert damit auch mit einem scope der speednode genutzt werden kann hier einmal drauf nach hinten schieben dann fallen die pfeile rein und gut ist ja wollen wir rausgehen ein bisschen schießen ja ist ein bisschen windig heute aber noch mal die ersten probeschüsse machen hier hinten der hebel der ist auch ganz praktisch man hat ein bisschen mehr hebelfläche um das zu spannen und dann wollen wir ein paar probeschüsse machen ich habe das scope noch nicht ein angetestet schauen wir mal wo die falter werden und dann kann es nicht mehr spannen jetzt könnten wir noch einmal den speedloader und dann kann es nicht mehr spannen und dann kann es nicht mehr spannen jetzt könnten wir noch einmal den speedloader testen testen oh Mensch wir haben es einmal versucht so für die kamera ist immer nicht zu schwierig und man könnte wieder schießen schauen wir mal auf die ergebnisse nehmen wir euch mal mit das war jetzt die distanz so um die sieben acht meter eigentlich habe ich hier drauf geschossen man muss sehen das scope muss ich noch ein stück rüber stellen und dann passt das auch ja ich bin ganz zufrieden ich hoffe ihr mögt mein design wenn euch meine videos gefallen gebt mir einen daumen hoch abonniert meinen kanal das würde mir sehr helfen dann sehen wir uns in den nächsten videos bye